Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die 13-Schuss-Batterie Popping Flowers von Niko Feuerwerk. Ja, hierbei handelt es sich um eine Batterie mit 13-Schuss-Popping Flowers-Bouquet. Und ja, eine Neuheit von 2015 gewesen. Aus der 13-Schuss-Serie. Eine Top-Batterie auf jeden Fall. Sie hat eine NDM von ca. 219 Gramm. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Test. Bis gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017